Wollen wir mal kurz Behind the Eyes noch mal anspielen? Ja. Habt ihr das schon gemacht? Nein. Wie frech. Hä? Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, ne ich auch nicht. Du musst einfach mal unsere Stream gucken. Wie wäre es mal damit? Ihr habt das schon angespielt? Ja. Seit ich deine Hose trage. Ich mache das jeden Tag. Wann habt ihr mir das angespielt? Wann war das? So lange schon her? Wie war morgen? Gestern. Wir waren doch gestern im Stream. Der einzige Tag. Wir haben das ganz kurz mal angespielt. Wollten wir das machen? Wie machen wir das jetzt mit Knossi hier? Wie macht das denn? Mach eine Eins in den Chat und wir spielen den Song jetzt hier ab. Das war ich gerne. Ja. Ich glaube, das ist ja gut. Mann, wo ist denn der Stecker? Wo ist denn der Stecker? Wo ist denn der Slavik, Alter? Slavik ist der Stecker. Also ich geh gleich wieder an. Ja, ich auch. Komm, wir fahren. Aber hast echt eine gute Hose gemacht, Birk. Das ist die erste, die mir so richtig von euch gefällt, habe ich gesagt. Würde ich auch noch mal wieder anziehen. Komm doch jetzt ins Bild, Alter. Nein, ich bin doch noch gar nicht da. Ja, nur die hören mich doch die ganze Zeit. So, wir machen hier jetzt noch Professional Light Setup. Sonst geht hier ab. Alle eine Eins in den Chat, Alter. Wir müssen den Song spielen, Alter. Oh, ist die Prada oder was? Ja. Mach doch so einen. Die Klauen. Die Klauen. Die Klauen. Die ist kein Klauen. Ich meine, das ist jetzt nicht mehr. Ich hab keine mehr. Ich hab keine mehr. Ich hab keine mehr. Ich hab keine mehr. Ich hatte ja nur eine von dir zum Joggen, aber... Zum Joggen. In einem Joggenmotor. Ach, so. Ich dachte, das ist zum Joggen. Guck mal. So, ist doch geiler. Mit Licht, oder? So, komm. Da sind so viele Eins und Max. Du musst jetzt behind for ice spielen. Das geht nie anders. Mal, ich hab keine mehr. 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 Wir labern ja rein. Wir machen ja immer so ein Dinkchen. Kann ja auch keiner griffen. Gleich Startaufgabe überlegen für Slavik, weil er zu spät kommt. Ja, das ist eine gute Idee, Alter. Irgendwie geantwortet habt. Ja, sehr gerne, Maggi. Maggi. Er kommt anscheinend. Der ist live. Ja, ja, der Slavik ist live tatsächlich. Der kommt aber gleich her mit seinem live und macht hier live weiter. Wir wollen halt auf beiden Kanälen streamen. Ihr wollt gucken. Will there be a Videoclip for the song? Leider ja, Alter. Und den drehen wir auch noch die ganze Woche jetzt. Und ich freu mich, jeden Tag mit dem Bild abhängig zu kommen. Naja, wär doch viel gärder, wenn wir das privat machen können. Abhängig. Ja. Das macht er nicht mehr. Ich würde jetzt ein bisschen abgehoben, muss man sagen. Leider sieht das Gerät aus Sprit gelassen. Ja. 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 Wie heißen die Signale? Keine Ahnung, für irgendeine. Ja. Wir sind lieber nicht. Wie heißen die Signale? Ja. Wie heißen die Signale? Wie heißen die Signale? Ja. Wie heißen die Signale? Oh jetzt rein! Hilf mach doch das ist ja richtig gemütlich über euch ja dann kann man auch von mdr was ein zuvor hat dass der noch nicht dass es nämlich ganz streng heftig ja geil danke aber so viele kommentare alter was er aber nicht auf einem mega leistung jungen danke danke mega haben wir absolut ja oder sich auch so was ist los mit euch was soll mit uns sein ich wohl ist klar jetzt mal ernsthaft ausblenden auf deinem handy gucken da musst du nicht der ganze davor und by the way kein kurzer disclaimer wir sind natürlich alle negativ getestet weil sich das jemand anguckt und so ja nur damit die bescheid ich bin sogar schon zwei auf freiwillig auch alleine haben einfach um den stadt der inhalt zu treffen Ja, das können wir machen. Bestell liebe Grüße haben wir aus Gräfinn Heinchen. Ich will den Grüße aus Gräfinn Heinchen aus. Wo ist er denn hier? Alstrau. Du sagst das nicht genau, ach so hat der Stadtrat? Ja. Ich dachte du hast jetzt die Straße verraten. Ich dachte die auch gerade dazu drüber. Alstrau aus 72, ich sage den Grüße aus Tschechien, das ist super krass. Danke, danke nach Tschechien. Wir haben das die ganze Zeit noch total geheim gehalten. Und ihr spielt es einfach mal so. Aber es ist ja keiner. Hier. Nur der Kern. Die ganz wenige, die hier jetzt dabei sind. Grüße aus Bielefeld. Was für eine Lüge. Es gibt doch gar kein Bielefeld. Wir machen heute alleine den Podcast ohne Frage. Wie gut ihr aufricht steht da. Müsste endlich mal jemanden enden. Obwohl man langsam dauernd nicht löst. Wird man den Song auf der Tour haben. Ey voraussichtlich, es gibt denen da nicht welche Ton nehme ich an, dass ihr den aufziehen würdet. Also unsere Tour gibt es ja schon. Die gibt es ja im April und im Mai. Und Tickets gibt es auf Tokyo Sailor Song. Warum ist es eigentlich wie Heimloch Eis geworden? Pils große Schwäche sind immer so blaurige blaue Augen. Blaurige blaue Augen. Bestimmt. Ja, von wegen ich das lief. Ich habe auch sein Buch nicht gelesen. Weil es dir immer alles erzählt. Wie geht es dir immer alles erzählt? Vitali war der Erste, der mein Buch hatte, noch bevor das rausgekommen ist. Neulich hat mich jemand gefragt, wem hast du als allererstes Lernwort gegeben? Ja. Du hast es auch bekommen, bevor es über den Verlag das gegengelesen wird. Ja. Echt? Ja. Stimmt. Ja, das stimmt. Ja, aber ich habe es nicht vor dem Verlag gelesen. Ja, genau. So wird das wertgeschätzt. Wo ist es live? Das ist echt eine gute Frage. Der ist gerade live gegangen. Der nervt aber. Der ist doch mal herkommen. Habt ihr noch mehr TV-Termine außerhalb des Finals? Ich glaube ja. Ja, also Gerland, also ihr sowieso, ne? Ja, ich bin am Dienstag bei Late Night Berlin. Und am Donnerstag bei Karo Mütze Witte. Ne, am Düsseldorf. Trinkst du lieber Herr Kaulis echt einen Tee oder ist das Zahnmann? Ich würde doch nie irgendwas zahn. Ich trinke mit solchen Kräuter-Tee. Wir können euch sogar die Packung zeigen. Ohne Martin natürlich. Guck mal, voll gut. Habe ich richtig geraten? Gibt es noch heute Tee? Klar. Martin, wieso? Verraten. Ja. Das ist Tee. Natürlich was Tee. Wir sind natürlich mit Messe. Guck mal, wer da ist. Hallo. Ratante! Hi! Was gehen darf, kannst du nicht tun? Ich wollte gerade wieder gehen. Du bist auch einfach frisch, oder was? Ja, wenn die auch gerade. Ja, wir sind auch einfach frisch. Ich wollte gerade wieder gehen. Wie, du? Ja, gerade so spät. Sorry, ich habe noch die Macaroni und so gegessen bleibt, Alter. Die hängen ja immer noch bei mir da drin. Machst du Passe? Wo hängen die denn Kaffee? Ja, hier, hier. Aber noch nicht draußen, Alter. Im Markt. Komm raus, die Scheiße! Ich nehme gerne einen Kaffee. Gib ihm so einen, wie den ich so einen Kaffee habe. Wie soll ein Kaffee sagen? Warum? Was ist das? Pfefferminz-Tee. Nein, mach ihn auch. Pfefferminz-Tee auch gerne. Ja, Rosé. Guck mal. Direkt auf, nein. Nee, nee. Nicht auf. So einen. Ich bin heute Bestimmer. Ja, das stimmt. Habt ihr so ein Ja oder was? Ja-Tag? Wo man immer Ja sagen muss. Nein. Nee. Hilfst du uns jetzt oder dich? Euch? Achso, wir haben ein Ringlicht. Das ist okay. Das kannst du machen. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Free Mike schreiben. Hast du gesehen, als er bei Gnostic Show war? Nee. Alter, du wärst so stolz auf dich. Warum was sagen dann? Über den Abend verteilt vier Sätze gesagt. Ach doch, ich hab gesehen. Aber ich hab nochmal gesagt, ja, war gut. War alles dabei. War alles dabei. Ey, kannst du mir ganz kurz WLAN geben? Nee, kann nicht. Hast du echt nicht? Nee, also wir haben das aber so schlecht, das reicht für einen Frisch. Jo, warte mal. Hä? Ihr seid doch immer hier. Warte mal. Aber warte mal, wir können ja... Ey, reicht, reicht. Geht von meinem Handy oder Chat eins im Chat, wenn es geht. Weiß hat sich gut geschlagen bei Gnostic. Aber ein bisschen Chat, ganz ehrlich, also ein bisschen muss ich sagen, warte mal. Ein bisschen, muss ich sagen, das hat schon ein bisschen, wenn ihr das gesehen habt, von außen auch, das hat schon so ein bisschen nach Altersheim aussehen. Oder so, da haben sich der cool Savage-Silo und so, weißt du, was sich versammelt und komm. Komm. Wir machen jetzt hier der Max, die jüngere Generation. Oder Max, komm, bring mal was vor. Singen? Ja, kannst du singen? Äh, ganz schlecht. Was weißt du, muss es sein. Komm. Also, was zeichnen wir auf? Klinge fahren. Krass, oder? Ja, jetzt redet ihr auf alle jetzt das gelesen, Alter. Das ist nicht, ey, das ist, weißt du, wie teuer das alles war bleibt? Das alles bleibt. Das ist alles bleibt. Aber das, dieses ganze Equipment und sowas, schon super. Warte mal, ich habe aber noch ein Mikro für euch auf, damit man euch hört. Aber, Alter, wir können das einfach so nebenan machen. Weißt du, was ich meine? Warte mal. Ey, ich mag das, wir sind dann da noch weiter zu streamen, oder sollen wir sagen, die Leute sollen auf deinen Weg gehen? Ja, wie viele Leute kommen da zu mir? Ich, die 200 oder so. Ja, das sollen rüber gehen, wir brauchen heute. Aber ich würde mich meine sieben Tage gucken, ne? Was? Ja, aber ist ja egal, wir müssen ja noch unsere Stunden kommen. Das wäre egal, wir haben uns eine halbe Stunde, die fünf Stunden. Achso, das war's. Warte mal, ich möchte das auch mal spielen. Ja, dann sagen wir, dass wir jeden Tag, an jedem Wochentag mal kurz zu streamen. Ich verstehe gar nichts. Streamst du nicht, Will? Nee. Wenn du Zwischpartner werden willst, musst du halt in dir eine Veranstaltung laufen. Max, du bist Freunde. Doch, ich bin so eine Zwischpartner. Max, du bist Freunde. Max, du bist Freunde. Dein Aufbruch an dieser Stelle für die Max. Heute wird es sehr, wie Max sind. Max und Dinger da haben wir nichts zu tun. Ja, heute ist viel auf seine Kamera noch. Aber neuer, da ist der Gastronomie. Ach, ja. Vielleicht nicht. Erstens. Warte mal kurz, ob man dich hört. Ihr weiß. Ihr weiß, diesmal das Mikrofon drauf, weiß derjenige. Diesmal redet er. Diesmal redet er. Einzelne Chat, wenn ihr hört. Und zwei andere Chat. Ja, das Tokio Hotel. Bill. Er kennt ihr nicht, oder? Was? Das ist der Bill. Wir sagen, wer ist das Tokio Hotel? Bill und Gustav. Gustav. Leute. Gustav Georg. Gustav. 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 Wir haben jetzt weiß, hören wir nicht. Bisschen lauten. Bisschen lauten. Alles gut, alles gut. Ja, ich hab halt viel zu sagen. Ja, der weiß, der hat auch lange... Okay, Leute. Dann gehen alle rüber.